Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4001 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, du kannst mich laut und deutlich hören. Um mich herum ist so viel Lärm. Ich hoffe, du kannst mich laut und deutlich hören. Um mich herum ist so viel Lärm. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Die zentralen Hauptkriterien für die Weinbewertung sind Aussehen, Geruch, Geschmack sowie der Gesamteindruck des Weines. Die zentralen Hauptkriterien für die Weinbewertung sind Aussehen, Geruch, Geschmack sowie der Gesamteindruck des Weines. Gestern hat Donald das Meeting geleitet. Er ist vor vier Wochen zu uns gekommen und hat sich gut eingelebt. Gestern hat Donald das Meeting geleitet. Er ist vor vier Wochen zu uns gekommen und hat sich gut eingelebt. Gestern hat Donald das Meeting geleitet. Er ist vor vier Wochen zu uns gekommen und hat sich gut eingelebt. Ich kaufe nicht nur Kleidung. Manchmal kaufe ich auch etwas zu essen. Das ist eine sehr gute Idee. Damit bin ich einverstanden. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. Diese Pflanze bringe ich direkt zum Auto des Kunden und sorge für einen sicheren Transport. Diese Pflanze bringe ich direkt zum Auto des Kunden und sorge für einen sicheren Transport. Maria hat morgen eine Prüfung in Maschinenbau. Maria hat morgen eine Prüfung in Maschinenbau. Ich weiß es. Ich habe die Lösung. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kaffee ist das wichtigste Exportgut des Landes. Kaffee ist das wichtigste Exportgut des Landes. Ich beziehe ihn nur von dort. Kaffee ist das wichtigste Exportgut des Landes. Ich beziehe ihn nur von dort. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Auf welchem Kontinent liegt das Land, in dem du Urlaub machen willst? Auf welchem Kontinent liegt das Land, in dem du Urlaub machen willst? Ich will heute nicht in den Kindergarten. Die anderen Kinder ärgern mich immer öfter. Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Als Finanzberater versuche ich, Menschen davon zu überzeugen, in Bitcoin zu investieren. Als Finanzberater versuche ich, Menschen davon zu überzeugen, in Bitcoin zu investieren. Ich kann nicht nur gut schwimmen, sondern ich kann jetzt auch mit Taucherbrille und Schnorchel tauchen. Ich kann nicht nur gut schwimmen, sondern ich kann jetzt auch mit Taucherbrille und Schnorchel tauchen. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ein Tisch für 8 Personen. Morgen Abend um 20 Uhr. Du bist unser Star. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wir sind dir sehr dankbar. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Rehe kommen oft sehr nahe an unser Grundstück heran. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Wir treffen uns am kleinen Haus am See. Dort können wir schwimmen gehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Das ist ein Like. Okay, wir fahren jetzt. Und dann sollst du dich mal aussehen. Bist du dich da?